Wir sind hier im DEZ Mitterberg-Hütten. Wir haben Jörg Dietze, das ist der Macher, Generationenhandwerkstatt, die Kinder wieder zum Handwerk zu bringen, absolutes Erfolgsmodell. Und der Karl aus unserem Team ist dabei, der fährt gar nicht mehr heim, das fasziniert, wirklich Handarbeit und ein ganz, ganz schönes Projekt. Und das sind Schätze, die wir in Österreich suchen, finden, nähern und das bringt uns dann auch wieder Arbeitsplätze in das Land und vor allem das Thema Herz, Hirn und Hand zu verwenden. Wunderschönen Dankjörg.